Wir freuen uns auf Meoli Jauch, Team Deutschland. Schaposchnikova in Verbindung mit dem Gingasalte, sehr gut. Und jetzt kommt nur noch der Beganze mit dem Abgang verbunden heute. Ah, einen großen Schritt muss ich machen. Was ist sonst eine Superübung? Schade. Ah, ärgerlich. Vorher eine Superübung. Ja, hier sieht man einen Trainer.